Dem Simon zusehen, weil dann siehst du, wie er hinter mir herfährt. Okay. Für den Anfang stimmt das ja schon mal, oder? Ja. Ich muss echt sagen, ich finde die Eco-Perspektive zum Zuschauen spannende. Eco-Perspektive beim Fahren. Okay, vielen Glück. Dein Lüfter ist gar nicht an. Was ist denn los? Auslaufzone. Aber Zeit verloren hat er dadurch nicht, ne? Ja, ach was. Das ist ja der Wicht dabei. Deswegen beschwert er sich ja. Aber gibt das denn jetzt keine Penalty dafür, oder ist das ja leid? Nein, das ist ja der Witz dabei. Ja, aber warum sollte man die denn nicht benutzen? Alter, wie du beschleunigst! Ja, ja. Das Auto ist schuld. Das lag in der Luftfeuchtigkeit gerade. Ey, ja, was soll denn da? Also, die Kampflinie auf die Wiese fahren, oder was? Also, noch weiter in kann ich nicht fahren. Du solltest ja auch nicht in fahren. Ich war nicht auf der Wiese. Ich war auf dem Curb. Curb-Fever. Alter, kannst du mal aufhören? Hä, Widersacher? Was heißt das jetzt? Ja, ich hab ihn gerampelt. Also, Steven, jetzt dein Nemesis. Das ist doch sowieso. So, hier geht's los. Ja, das... Dazu braucht er mich nicht rammen. Willst du mich jetzt rammen? Fand ich uncool. Ja, 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 okay. Ja, der Quietsch! Arschlo. Achso, ich hab mich nur gerecht. War das Auslaufzone, Simon? Ich muss mich hier anpassen mal. An meine Widersacher. Alter, hör auf! Deck dich mal dran! Bist du nervös? Ich hab schon gesehen, wie deine Lichter ganz schön nahe gaben. Beim Bremsvorgang. So, jetzt komm ich langsam in deinen Windschirm. Das war so nicht gewollt. Das ärgert mich jetzt. Was? Warte mal, was? Scheiße, Mann. Egal. Was? Ach, das hat mich gerade distracted. Ich dachte, ich wäre irgendwie disqualifiziert oder sowas, weil einer gejoint ist. Ne, das hat mich jetzt echt abgelenkt. Hab ich gar nicht gesehen. Schade, dass du das nicht siehst, ne? Was denn? Ich mein Steven. Die Lichthupe. Ist ja ziemlich sinnlos, eine Lichthupe zu haben, die die anderen nicht sehen. Irgendwie schon, ja. Mach nochmal. Ne, ich seh nix. Das ist voll dumm. Codemasters, for the win. Obwohl, ja, Codemasters. Fuck. Oh, oh, oh. Ist es das? Mindgames. Jetzt aber fair, ohne Schlagen. Das wird man kaum sehen. Vielleicht mal ohne auf die Wiese drängen? Drängen? Alter! Was? Ich war fast in der Wand. Tja, links rüber. Genau, jetzt fair ohne Schlagen, nachdem du mich überholt hast. Genau. Das ist von früher. Das hab ich schon vorher gesagt. Das war tatsächlich wirklich direkt, nachdem du den überholt hast. Proof or didn't happen. Ey. Ja, 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 ja. Alter! Irgendwie sieht das hier von nach so einem Déjà-vu aus, wie von dem. Ey, du hast meine Rundenzeit versaut, man. Was soll denn das? Du lagst. Ich lag mich. Connection-Warrior. Naja, ja, ja, jetzt hat er, what the fuck. Also so sehr auslaufsort, da war das jetzt auch nicht. Wie schnell du bist. Ja, weil ich's kann. Weg. Nein, das war nice von dir. Das muss ich dir sagen. Schlingshot. Damit hab ich nicht gerechnet. Na gut, ist ja nur nicht vorbei. Wenn du mich wieder aus der letzten Kurve rauskrammst, ist ja noch alles offen. Oder hier. Ich fahr immer so, ne? Und du willst immer überholen. Ja, scheiße, nein! Alter. Du hast voll so in den Lenkbewegungen gebracht. Das hast du gewonnen. Na, Glückwunsch. Noch ist nichts gewonnen. Noch ist der Kuchen nicht gegessen. Aber mein Brötchen, das hab ich jetzt fertig gegessen. Ui. War aber ein schönes Battle gewesen. Hat Spaß gemacht. Ja. Bist du aber noch nicht mehr. Und wer hat jetzt mehr Skill? Sehen wir erst auf der Ziellinie. Okay. Ist ja noch ein Stückchen, ne? Ich werde bestimmt disqualifiziert, weil ich ja so weit ausgeholt habe eben. Ey, das war halt im Hardcore knapp, dass ich da nicht auf der Zielgeraden mich noch gedreht hab. Das war schon wirklich am Limit. Auf der Wiese da. Ah, du hast eine Penalty gekriegt. Iiii. Echt? In zwei Sekunden. Oh, scheiße, dritter deswegen. Warst du noch auf dem zweiten Platz? Eigentlich schon. Ja. Warst du noch? Warst du noch nicht so? mit dem drei destroyer Altenatrats?